Okay, jetzt noch Moni, das ist gut. Ich würde nämlich auch gerne mit dem ein bisschen den Level erhöhen. Mach ich. Ja, 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 wieder. Komm, so macht man das hier. Ist gestartet? Okay, du übernimmst und ich muss wahrscheinlich, ja... Oh je. Oh je, wenn hier schon so ein Ding liegt, ey. Ist das feindlich? Geil. Geil, ey. Die Knarre ist schon geil. Ich fühle mich wie im Wilden Westen. Ja, flieg runter wieder, wo du her... Hier habt ihr eure Granate. John Wayne. Hier, ich bin schneller als mein Schatten, Alter. Wow. Wo ist denn der? Scheiß Granate, da unten. Alter. Einfach auch mal... Alter! So, jetzt müssen einfach mal ein paar Granaten hier runterfliegen. Alter! Scheiße. Dabei ist es saugut gelaufen. Scheiß, scheiß, scheiß. So. So. So, so, so. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, was das ist. Irgendwie treffe ich mit den Granaten jemand. Das ist komisch. Was ist denn das für ein Ding? Achso, das war ein Mensch. Gut. Ja, will ich auch hoffen, dass wir hier fertig sind. Ah, jetzt bin ich drinnen. In der Drohne. Ich hab's übernommen. Geil. Fetzen, Alter. Geil. Mit euren eigenen Waffen geschlagen, ihr Penner. Ja, guck. Achso, das ist Cain. Noch mir was da? Nee. Doch, das Ding da. Mit der Drohne gegen das Flugzeug. Das ist doch mal ein geiler Kampf. So, können wir die Drohne jetzt irgendwie zerstören oder so? Die Luft sprengen. Gehen einfach raus. Ah, so, so, so lobe ich mir das. So soll das nämlich laufen. So, einmal Munition noch aufladen. Wo war denn das? Ich weiß noch nicht, ob ich den Weg noch gehen möchte. Irgendwie hat sich hier alles verändert oder was? Ah, nee, da oben war das. Ach, egal. Scheiß drauf. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee. Hier ist auch nichts. Ich wollte noch ein bisschen nach Sammelobjekten Ausschau halten. Okay. Scheint es keine zu geben. Dann hauen wir ab hier. Wieder rein ins Flugzeug. Boah, das Ding ist so geil, Alter. Das ist so geil. Upsa. Wollte eigentlich aufsteigen. Oh. Nicht, äh, feuern. So, tschüssi. Boah, was haben wir denn hier? Schießen wir einfach mal eine Rakete drauf. Triffen wir nur nicht. Oh, shit. Boah, Alter, 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 Alter. Der macht mich gerade hier ganz schön runter. Boah, Mann, ey. Da muss man fliegen wie ein Dämon. Das wären dann alle. Sehr schön. Was? Oh, das? Okay. Ah, wir müssen nochmal landen. Nochmal so eine geile Drohne übernehmen. Das wäre Hammer. Boah, das macht schon, schon ohne, ey. Das gefällt mir, diese Mission. Die gefällt mir echt gut. Oh, hier haben wir auch ein bisschen Level, dass man hier Visiere freischalten auch macht für das Ding. Ach, hab ich geil den Arsch gerettet. Lady. Ja, ja, mach ich ja. Mach ich ja. Keine Angst. Ich bin schon da. Komm her. Wo bist denn du? Ich will hier nicht oben langs. Hab ich ihn noch erwischt? Tja, war ja so um die Ecke gelaufen. Sauhund. Ja, nicht nur einer von euch hat's erwischt. Schlaumeier. Lass sie in Ruhe. Lass die Leber in Ruhe. Oh, ey, das lädt so schnell nach mit dem Schnellziel, äh, mit dem Doppelmagazin. Das ist so gut. Okay. Unsere Lieblingswaffe ist wieder mit Muni versehrt. Upsa. Können wir schon ein Visier dafür ausrüsten? Ne. Oder erweiterte Magazine oder so oder was. Dass wir mehr Muni da mit haben. Das wäre geil. Ich kann ab jetzt übernehmen. Gebt mir Deckung. Mehrere Kontakte. Rechte Seite. Zu weit weg oder so. Oh. Ja, super. Rechte Seite. Verfalte Seite abgedeckt. Mist, die Kacke. Hast du's? Ja. Ich würde gerne so ein Ding nochmal übernehmen. Oh, oh. Ne, ich wollte nicht dich in die Luft jagen, sondern ihn. Ja, ich bin doch dabei, Mann. Musste eine Granate wegwerfen. Oh, ja. Scheiße. Ja. Schnauze jetzt. Bitte. Oh. Das war knapp. Ja, ich suche eine Drohne. Ich bräuchte nämlich eine. Da hinten ist er. Jawohl. Das ist nämlich besser. Können wir die uns wieder zunutze machen. Und schon ist es... Also man muss hier wirklich... ...mit allen Mitteln arbeiten. Ja. Eine Drohne wird mit einer Drohne gekillt. Jawohl. Ist super gemacht. Ich liebe diese Drohnenübernahme. Das ist so gut, ne. Das macht das so einfach. Also... ...hat so viele Vorteile dann. Weil man... ...bei mir jetzt eigentlich kaum was passieren kann, ne. Es sei denn... Ich weiß nicht, wenn sie mal eine Quelle finden. Wo seid ihr denn? Ich würde hier noch gern ein bisschen aufräumen, aber ich sehe jetzt nichts mehr. Da oben ist irgendwas, was dann schießt. Gut, jetzt sind wir kaputt. Ist ja nicht so schlimm. Planen wir mal nach. Haben wir ein bisschen den Weg freigeräumt. Wenn es jetzt noch was passiert, dann... ...wes war das gerade. Boah. Das ist ja wirklich noch knapp geworden. Oh, Mann. Schnell ans Flugzeug. Boah. 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 Ja, let's go. Geronimo. Was ist denn da los? Landen wir doch mal. Und gucken, was uns jetzt hier unten erwartet. Ah, läuft aber auf jeden Fall. Hier irgendwo hineingehen. Wo denn? Ah, hier. Oh, ne. Wir sind wir trauchen, oder was? Ganz schön was zu schwimmen. Toll. Lebe ich sehr. Boah, Alter. Ich sehe nichts. Halt die Schnauze. Oh, je. Elektromagnetische Störung. Ach du Scheiße. Ich will mir keinen elektrischen Ball vorstellen. Boah, ich hab Wasser in der Lunge. Wieso, wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix. Vermutlich wie bei Taylors Team. Scheiße. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Dein DNA war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Tragt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage. Oder Stunden. Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn. Das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert. Was es auch will. Ich bin auch ich. Taylor. Wir finden ihn. Und falls wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen müssen, mach ich's. Er ist nicht der Einzige. Wenn es soweit ist, tue ich, was getan werden muss. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär. Abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte! Hör mir zu! Bleib bei mir! So, einfach ist es nicht. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Okay. Und an dieser Stelle möchte ich gerne diese Folge beenden. Ich drück mal Pause, ja. Und da machen wir das nächste Mal weiter. Ich muss jetzt noch kurz was erledigen. Ich werde auch gleich wieder aufnehmen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe ihr seid das nächste Mal auch dabei. Und ja. Verfolgt mit mir diese interessante, Strangestory bei Black Ops 3. Bis dahin. Euer Spooky. Bye, bye, bye.